Das ist einfach eine neue Generation, das spüren wir auch. Wir sind jetzt auch seit 2004 mit dieser Mannschaft dabei und haben eine ständige Entwicklung. Und gerade jetzt diese Generation um die Özil, Boatengs, Hummels, Khedira, Neuers, da spürt man einfach, das ist noch einmal eine etwas andere Generation, als es die Mertesacker oder Kloses oder auch Lahm sind. Und es bringt unglaublich viel Spaß mit diesen jungen Spielern zu arbeiten.